Hochschulen sind nicht mehr der einzige Ort, an denen akademische oder höhere Bildung passiert. Und Hochschulen sind auch nicht mehr der einzige Anbieter akademischer Bildung oder wissenschaftlicher Bildung, sondern die Anbieter sind zum Teil als MOOCs-Anbieter ja inzwischen auch andere. Und deswegen müssen Hochschulen schon aufpassen. Gerade hier in Deutschland, dass nicht sozusagen Ihr Privileg, Ihr Ausbildungsprivileg, dass das nicht in gewisser Hinsicht tatsächlich infrage gestellt wird. Sie haben dann zwar immer noch das Privileg, jemandem das Abschlusszeugnis zu geben, aber wenn eine Hochschule nur noch das tut, dann ist sie keine Hochschule mehr, sondern eine Zertifizierungsagentur. Und die Frage ist, ob sie das will. Und insofern ist es berechtigt, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich mit dem institutionellen Problem, das in dieser Entwicklung Digitalisierung steckt. Die MOOCs sind nicht sozusagen das letzte Wort und das letzte Format, was entwickelt wird, sondern im Gegenteil, sie haben eine Türöffnerfunktion zurzeit. Das heißt, die machen in gewisser Hinsicht auch ungeschehen das, was an frustrierenden Erfahrungen und Erlebnissen verbunden war, mit der Einführung von E-Learning, die ja nicht so richtig geklappt hat. MOOCs klappen, das zeigen internationale Erfahrungen. Von daher kann man, glaube ich, schon mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass dieser Entwicklungstrend hin zur Nutzung digitaler Elemente in der Lehre, dass der nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass den jemand rückgängig machen will. Solange es sich nicht um Ersatz für klassische Lehre handelt, sondern um eine Anreicherung und eine Ergänzung klassischer Lehre, solange wird die Stimmung auch in Deutschland positiv sein. Zurzeit werden MOOCs in erster Linie ja von, sagen wir mal, Individuen, einzelnen Professoren produziert oder angeboten oder beides. Wie sieht es aus, wenn die Institution, Universität, MOOCs oder überhaupt digitale Angebote zu ihrem normalen Bestand zählt? Das hat Konsequenzen bis in den baulichen Bereich rein, die man häufig erst gar nicht sieht. Die Eidgenössische Technische Hochschule in Lausanne, die systematisch auf die Einführung von MOOCs und solchen digitalen Angeboten setzt, wird zurzeit systematisch umgebaut, weil man keine Hörsäle mehr braucht. Aber jede Menge Studios und jede Menge kleine Räume, in denen sich Studierende dann auch wirklich konkret und physikalisch zusammenfinden. Was ist die Zukunft der Studierenden? Also muss die Hochschulleitung dafür sorgen, dass in irgendeiner Weise die Arbeit an MOOCs und die Arbeit mit MOOCs oder mit anderen Formen digitaler Lehre, dass dies in irgendeiner Weise berücksichtigt wird als die normale Arbeitsleistung, die ein Lehrender oder eine Lehrende an einer Hochschule hat. Ich muss Ihnen sagen, niemand weiß zurzeit, wie man das hinkriegt. Wie man das also sozusagen einbaut in unsere Berechnungen, auf denen nicht zuletzt ja auch unsere Finanzierung als Hochschule beruht, das hat bisher noch niemand gelöst, dieses Rätsel. Das gilt übrigens nicht nur für die Frage der Arbeitsleistung der Professoren. Das gilt auch zum Beispiel für die Frage der sogenannten Kapazitätsberechnung. Also wie viele Studienplätze beinhaltet eigentlich ein MOOC? Man kann ja nicht sagen, wenn den anderthalb Millionen buchen, dann sind das anderthalb Millionen Studienplätze. Oder macht man das abhängig von Absolventen oder was auch immer? Das sind alles völlig offene Fragen, die rechtlich gesehen ja noch mal dadurch verschärft werden, dass MOOCs ja nicht unbedingt von Hochschulen angeboten werden, sondern es gibt ja jede Menge Plattformen inzwischen, auf denen MOOCs und andere Angebote installiert sind. Und was heißt das nun eigentlich für die Hochschule, die zum Schluss ein Zertifikat oder einen Abschluss oder so etwas vergibt? Also da sind Verrechnungen notwendig, für die es keinerlei Vorbilder gibt. Wenn es das vor 20 Jahren schon gegeben hätte, dann wäre, wenn alles andere auch so gekommen wäre, wie es gekommen ist, dann wäre diese Entwicklung ganz schrecklich gewesen. Dann hätte sich nämlich dieser Paradigmenwechsel hin zu digitalisierter Lehre, hätte sich überkreuzt, addiert oder besser gesagt verknubbelt mit dem Bologna-Prozess. Und dann wären wir total untergegangen. Also insofern ist es eine gute und vielleicht auch gar nicht zufällige Entwicklung, dass nach dieser Studienstrukturreform, die wir jetzt mühsam halbwegs hinter uns gebracht haben und die ja nun sehr, sehr anstrengend und arbeitsreich war, dass jetzt erst diese neue Phase kommt. Eigentlich hätte es schon vorher sein können, aber es ist ganz gut, dass es in dieser Abfolge kommt. Vielen Dank.